Hallo, wir sind die Buchdoktoren, David Streicher und Kevin Krause. Wir haben uns mit den Problemen der Schule beschäftigt und die Lösung ist Krex-Tagebuch. In der Schule kommt es oft zu Langeweile und anderen problematischen Zuständen. Oft sind auch die Toiletten und Schule ziemlich eklig und Krex-Tagebuch ist die optimale Lösung für das Problem. Zum Beispiel zeigt man Krex-Tagebuch diese Probleme auf und der Nachmittag muss sich andersweit in der Freizeit damit ausgleichen kann und zeigt Lösungsansätze, wie man vor sie gehen kann. Das war es auch schon von uns. Hier war noch das Rezept. Das war es auch schon von uns. Das war es auch schon von uns.